Diese Party ist mega! Macht richtig viel Spaß! Wow, guckt ihr das an! Seid ihr alle bereit für ne Runde Bares? Und bitteschön, lasst es regnen! Wuhu! Cashparty! Was? Im Ernst jetzt? Das ist echte Kohle? Na, stört doch keinen, oder? Gut, keiner hat's gemerkt. Super hier, ha? Wuhu! Mir ist so langweilig. Dieses Poppit hilft mir auch nicht gerade. Oh, eine Nachricht. Hoffentlich was Gutes. Ja, das ist genau, was ich jetzt brauche. Eine Party. Ich bin so aufgeregt. Okay, was soll ich anziehen? Ich weiß. Bring mir diese Kleider, bitte. Ich brauch die. Hier, bitteschön, Miss. Ihre Kollektion, wie gewünscht. Was ist mit dem blauen Kimono? Oder dieses gelbe Frühlingskleid? Äh, du checkst ja gar nichts. Mach was anderes. Ich brauch dich hier nicht mehr. Na toll. Was soll ich jetzt machen? Mein Poppit kann mich erstmal beruhigen. Ah, mein Poppit. Das ist die Lösung. Das müsste das letzte Stück Klebeband gewesen sein. Oh, ich liebe mein Kätzchen-Sparschwein. Muss nur sicher gehen, dass ich es gut verpacke, damit es nicht kaputt gehen kann. Hä? Eine Nachricht? Was steht drin? Oh, eine Party. Aufregend. Aber ich hab nichts zum Anziehen. Das Sweatshirt kommt auch nicht in Frage. Äh, ich wünschte, es gäbe irgendwas. Ah, ich hab diese Luftpolsterfolie. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wow. Schaut mal, wer da eben reingekommen ist. Yes, ich bin jetzt da. Ach, dieses alte Kleid. Ach, nur irgendetwas, das ich mir übergezogen hab. Es ist unglaublich. Ein ganzes Outfit gemacht aus Poppets. Ja, ich hab's rechtzeitig geschafft zur Party. Oh mein Gott. Ihr Luftpolsterkleid ist so schick. Wie kann ihr Kleid cooler sein als meins? Alles klar. Dann geb ich mal meinen Code ein. Und natürlich auch meinen Fingerabdruck. Und zuletzt noch mein Augescan. Und jetzt kann ich meinen Schlüssel benutzen. Mal sehen. Was brauch ich von hier? Ah ja, meine Make-Up-Tasche. Und ein bisschen Bares. Meine Goldwaren. Und noch meine goldenen Smartphones. Lieber noch einen kleinen Spritzer von Parfüm. Oh mein Gott. Guckt euch die da drüben an. Wow. Sie ist... viel. Sie denkt, ich ziehe mir etwas Besseres. Ah, whatever. Oh nein. Wo ist mein Spinschlüssel? Ah, hier ist er. Mein Glückslineal. Ich hab dich. Ah, Fledermäuse. Haut ab. Gut, sie sind weg. Okay. Was brauch ich? Gott, dieser Spind ist ein totales Chaos. Ist mir ein bisschen peinlich. Mal sehen. Das ist alles Müll. Oh, ein Stück Kaugummi. Und der ist noch gut. Okay. Ich geh lieber schnell zum Unterricht. Gott. Knast ist so langweilig. Ganz zu schweigen vom Hunger. Hallo, Koch. Ich brauch hier etwas zu essen. Ja, Miss. Hier, bitte sehr. Ihr goldener Burger, wie gewünscht. Nice. Ja, der ist in der Tat lecker. Ein wahres Gourmet mal. Hier, Miss. Guten Appetit. Okay, jetzt ist Burger-Zeit. Ich brauch natürlich meine goldenen Handschuhe für diese Mahlzeit. Das sind außerdem meine absoluten Lieblings-Handschuhe. Und los geht's. Das wird so köstlich. Ich liebe Burger. Moment mal. Was ist das? Eine Goldmünze? Koch, was ist das? Oh, ja, ich muss das Wort auf dem Burger vergessen haben. Bitte, seien Sie nicht böse. Keine Sorge deswegen. Schon gut. Zurück zu meiner Mahlzeit. Oh, ich bin froh, dass es Ihnen schmeckt, Miss. Zeit für meine Exercises. Puh, das war gut. Jetzt brauch ich eine Pause. Gott, ich hab aber echt Hunger. Könnte was zu essen vertragen. Warte, ich weiß, was ich mach. Ja, ich hab immer noch das halbe Sandwich, das ich versteckt hab. Ja, endlich Lunchzeit. Ah, mein Zahn. Was zur Hölle? Was passiert? Mir ist ein Zahn rausgebrochen. Wie geht das überhaupt? Oh, das Sandwich ist steinhart. Mann, das muss schon ewig alt sein. Ich hab immer noch so Hunger. Oh mein Gott, eine reiche Kundin. Bitte, nehmen Sie Platz. So, welchen Style hätten Sie denn gerne? Okay, mal sehen. Was will ich haben? Den goldenen Hairstyle. Natürlich. Der wird absolut bezaubernd bei Ihnen aussehen. Ich lass sie wie eine goldene Köttin aussehen. Nur ein bisschen kürzen und stylen. Ein bisschen hier und ein bisschen hier. So, bitte, schauen Sie. Hm, die Locken sind wirklich schön. Und ich mag den Goldton. Ja, ich bin zufrieden. Hier, meine Bezahlung. Äh, meine Haare sind so langweilig heute. Hey, ich wette, ich kann daraus was machen. Dieser Haarglätter kann mir helfen. Hä? Oh nein, der Stecker ist komplett verbogen. Hey, willst du zu dieser Kostümparty mitkommen? Hey, oh nein, ich kann nicht hin. Meine Haare sind das reine Chaos. Oh, hey, warum nimmst du nicht das? Haha, bleib hier. Bin gleich zurück. Was hat er aus Toilettenpapierrollen gemacht? Ich denke, ich könnte die als Lockenwickler benutzen. Warte, ich glaub, das könnte echt funktionieren. So, meine Haare sind komplett eingewickelt. Und jetzt geb ich ihnen ein bisschen Zeit. Muss nur ein bisschen Zeit totschlagen. Okay, ich glaub, das war lang genug. Oh, so tolle Locken. Ja, ich lieb sie. Schau, ich hab noch ein Ersatzkostüm für dich. Wow, deine Haare sehen toll aus. Du brauchst gar kein Kostüm. Dann lass uns abhauen und Spaß haben. Warum ist mir immer langweilig? Vielleicht machen solche Virtual-Reality-Brillen Spaß. Uh, diese sieht gut aus. Hermes, wie kann ich ihnen helfen? Besorgen Sie mir diese VR-Brillen, bitte. Hier sind sie. Danke, hier die Bezahlung. Sie kann jetzt gehen. Oh, ich bin ganz schön gespannt auf die Brillen, wenn ich ehrlich bin. Hier, die ist für dich. Setz sie auf. Okay, lass uns irgendwas abfeuern. Was ist das? Ein Kampfspiel? Äh, du kämpfst. Hermes, bin schon dran. Yay, du hast es geschafft. Hm, mal sehen. Gibt's irgendwas, was ich aus dem Katalog haben könnte? Oh, wow. Was für eine coole VR-Brille. Mal sehen, ob ich genug Geld hab, um sie mir zu kaufen. Ich leere einfach meine ganze Tasche aus und schau. Oh Mist, das reicht nicht ansatzweise. Dann bekomme ich wohl keine VR-Brille. Aber, warte, ich glaube, ich hab eine Idee. Ich brauch nur diese Schere. So, wer braucht schon eine VR-Brille, wenn ich meine eigene machen kann? Ich hab eine Brille und innen die Bilder. Okay, ich probier das jetzt mal aus. Wow, okay, Zeit für einen Kampf. Oh mein Gott, was war das? Ahem, pass auf, wo du hinschlägst. Oh, das war knapp. Was würdest du mit deinem Geld machen, wenn du reich wärst? Schreib's uns in die Kommentare. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos wie dieses.